Herzlich Willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen, regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Dedischacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß! Ja schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Apple iTunes, bei Spotify und natürlich auch bei YouTube. Es ist die erste Folge nach dem DFB-Pokalfinale, nach dem 81. DFB-Pokalfinale. Deswegen sprechen wir natürlich auch heute so ein Stück weit schwerpunktmäßig über die beiden Finalisten, über den 1. FC Kaiserslautern und natürlich über den Dubelsieger bei Leverkusen. Und deswegen haben wir uns, Didi, aus aktuellem Anlass auch einen Mann vom Fach, einen Mann von Bayer 04 praktisch hierhin geholt, Nico Hartmann. Einen schönen guten Morgen! Schönen guten Morgen! Vielen Dank für die Einladung! Didi, Servus! Hallo, guten Morgen! Schön, dass ihr da seid! Ja, es ist großartig, denn es ist so ein bisschen das Feierwochenende gewesen. Wir zeichnen jetzt hier am Montagvormittag auf, aber es wurde viel gefeiert, vor allem rund ums Bayerkreuz. Leverkusen eh irgendwie durchweg in Partystimmung, aber ganz Fußball-Deutschland hat glaube ich so ein bisschen auch das DFB-Pokalfinale mitbekommen. Entweder gesehen live im Stadion, war ausverkauft logisch, oder eben vom TV-Gerät. Auch das war beeindruckend zu sehen, was vor allem die Fanlager da abgerissen haben. Stichwort 1. FC Kaiserslautern, was die da auf die Beine gestellt haben. Wir müssten eigentlich noch ein bisschen über die Choreografie nachher sprechen vom 1. FC Kaiserslautern, das war überragend. Und ja, wenn man es nicht live oder im TV gesehen hat, dann hat man es vielleicht gehört. Zum Beispiel über das Werkselfradio. Nico, du warst mit dabei. Erzähl gleich mal gerne, wie du das Pokalfinale aus nächster Nähe erlebt hast. Aber bevor du das tust, möchte ich dich kurz vorstellen. Alle, die dich nicht kennen, sollen folgendes über dich wissen. Du bist ein Mann vom Fach in Sachen Radio und TV. Du bist Filmemacher, aber vielleicht kurz zu deiner Vita. Du hast 1998 mit dem Journalismus begonnen. Jetzt auch schon ein paar Jahre her. Hast über Radiopraktika den Einstieg gefunden und hast seitdem bis heute für insgesamt 15 Radiosender deutschlandweit berichtet, Live-Berichterstattung von FFH bis Antenne Bayer über Radio Regenbogen und so weiter und so fort. Du hast verschiedenste Formate abgedeckt deutschlandweit und warst damals sehr innovativ unterwegs in Sachen Radio. Warst einer der Ersten, die gerade für Privatradios sich das Equipment angeschafft hat, was praktisch professionelle Radioübertragung damals überhaupt erst möglich gemacht hat. Viele haben da irgendwie vom Handy weggeschaltet. Genau. Und du warst da schon mal sehr fortschrittlich und bist also ein Mann vom Radio, moderierst heute noch für Radio NRW. Richtig. Das wird man hier gerade in Nordrhein-Westfalen kennen. Da sind, ich glaube, wie viele Sender sind da angeschlossen? Ja, 46 Lokalsender. Das ist ein Verbund von 46 Lokalstationen und da bin ich auch immer alle zwei Jahre im Einsatz in Sachen Welt- oder Europameisterschaft und in diesem Jahr dann eben auch. Genau. Auch ein besonderes Thema dann natürlich. Absolut. Radio NRW überträgt eben auch die Heim-EM rein redaktionell. Da bist du dann wieder zu hören und bist aber auch Filmemacher, machst viel für Bayer 04, die ganzen Dokumentationen. Letztens habe ich eine gesehen über den UEFA-Cup-Sieg 88. Irre. Dann DFB-Pokal 93 und so weiter. Wenn es darum geht, Spielerporträts von Ballack bis, was weiß ich, Ceroberto hast du da alles schon gemacht. Also insofern genau für so eine Bayer 04-Double-Folge, die es nicht ausschließlich wird. Keine Angst, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Aber auch eben müssen wir das natürlich thematisieren, da bist du genau der Richtige. Wie hast du es erlebt in Berlin? Ja, das ist natürlich von der Atmosphäre her ein unglaubliches Spiel. Das glaube ich, da brauche ich jetzt niemandem zu erzählen, dass das natürlich auch mit den Fanlagern von der Stimmung her, wie das inszeniert wird, dass das ist das größte Spiel, glaube ich, das der deutsche Fußball ja eigentlich zu bieten hat. Das ist fantastisch. Wir haben es uns aus Leverkusener Sicht vielleicht sportlich, da kommen wir ja gleich noch dazu, ja, schon etwas leichter vorgestellt. Es hat ja dann letztlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich ein fantastisches Ereignis. Das ist jetzt mein drittes Pokalfinale gewesen nach 2002 und 2009. Jetzt hat es Bayern 04 geschafft, den Pokal zu holen. Es ist immer wieder ein absolutes Erlebnis. 74.000 Zuschauer, Spotlight an, beide Fanlager, laut mit über 30.000 Fans auf beiden Seiten. Ja, es ist ein Traum eigentlich, dabei sein zu dürfen. Ja, kann ich mir absolut vorstellen. Und vor allem auch, man muss dazu sagen, 30.000 pro Verein im Stadion, aber insgesamt, glaube ich, 100.000 in der Stadt vorher. Also viele kommen ja auch dahin, die haben gar kein Ticket. Und atmosphärisch, wie du sagst, hast du es schön gesagt, Tag des Fußballs in Deutschland. Und das ist ja immer so wunderbar. Ende Mai, ich glaube, immer der letzte Samstag gefühlt, schön abends bei 25 Grad. Berlin putzt sich raus. Es ist eine prickelnde Atmosphäre in der Hauptstadt und irgendwie immer gutes Wetter. Und ich glaube, von dieser Stimmung, von der Nico gerade gesprochen hast, hast du, du hast es natürlich gesehen, du hast es mitverfolgt im Fernseher, hast du auch so ein bisschen was mitbekommen. Das schwappt schon rüber, ne? Ja, es ist einfach sensationell. Also wenn man das gesehen hat, auch die beiden Fanlager, da war eine super Stimmung, tolles Wetter, alles hat gepasst. Haben wir auch noch großes Glück gehabt. Das Gewitter ist auch noch vorbeigeflogen. Also da haben sie wirklich richtig Glück gehabt, dass es vorbeigezogen ist. Und das ist für jeden Fußballer auch ein großes Erlebnis für die Fans. Ich war damals beim Finale Schalke gegen MSV Duisburg. Das war Wahnsinn, was seine Stadt los war. Das ist 5 zu 9, ne? Genau. Das Spiel, was schon nach 20 Minuten erledigt war für Duisburg. Genau, richtig. Ja, so haben sich das manche Leverkusener auch vorgestellt, dass das gegen Kaiserslautern so läuft. Aber es lief dann doch etwas anders. Unter anderem ein Platzverweis gegen Odilon Kusse nur noch in der ersten Halbzeit. Da spielte man weit über eine Halbzeit nur noch zu zehnt. Und Lautern hat es, gerne mal deine Einschätzung, Didi, gar nicht verkehrt gemacht. Also für das, was sie konnten, das war schon das Maximum dessen, was man dem FCK zugetraut hat, oder? Ja, im Vorfeld habe ich auch gesagt, die kriegen drei, vier Stück. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Haben aber sich von der ersten Minute an recht gut verkauft. Haben sehr gut gestanden. Haben aggressiv gespielt. Haben auch nach vorne gespielt. Waren mutig. Und ja, dann spielte denen natürlich der Platzverweis noch ein bisschen in die Hände. Und dann hatte er ja Lautern die Riesenchancen noch vor der Halbzeit. Das hätte er auch ins Auge gehen können. Vorher hat der Schuss dieses sensationelle Tor gemacht. Man konnte es ja sehen, wie er den Ball, das hast du einfach gesehen, dass dieser Ball reingeht. Also wie er schon ausholte, man wusste einfach. Ja, und der rechte Verteidiger, der vom Platz geflogen ist, der muss ich natürlich sagen, der hat bis dahin auch eine Katastrophe gespielt gehabt. Der war unsicher. Der hat dumme Fouls gemacht. Die gelbe Karte war nicht berechtigt am Anfang. Die hätte ich nicht gegeben als Schiedsrichter. Aber da wollte der Schiedsrichter sich direkt Respekt verschaffen. Das konnte man sehen, weil die war ja nur ein leichter Schubser. Mehr war das ja gar nicht. Der war ja auch noch niemals auf dem Weg zum Tor. Er ist nach außen hin sowieso weggelaufen. Aber er hatte vorher auch schon ein, zwei unnötige Fehlpässe drin und hat auch ein, zwei dumme Fouls gemacht. Eine gute Szene hat er noch vorher gehabt, bevor er die rote Karte bekommen hat. Ist er einmal sensationell zum Kopfball reingegangen in den Zweikampf? Ja, das Foul selber, was er gemacht hat, was dann zum Platz war, das war eine ganz kleine gelbe Karte. Da ist er zu spät gekommen und hat den Jungen getroffen. Das hat natürlich Lautern das noch einfacher gemacht. Dafür hat aber Lautern, und da sieht man auch, dass die Qualität von Lautern einfach nicht so gegeben ist, dafür hat in meinen Augen Lautern gegen eine, in Anführungsstrichen, müde, leberküsende Mannschaft, man konnte es wirklich merken, die Jungs waren richtig platt. Man muss ja auch sehen, die Niederlage im Gepäck von Bergamo, was natürlich auch noch eine schwere Last war für die Spieler. Drei Tage vorher. Drei Tage vorher, vom Kopf her, all das. Und dafür hat Lautern für mich sich zu wenig Möglichkeiten rausgespielt. Es war noch ein gefährlicher Schuss. Ja, genau, von Ragnar Ache, glaube ich, als er dann kam. Den hat Radetzky hervorragend gehalten. Und ansonsten kam er da nicht. Die haben sich ja keine richtige Torchanze rausgespielt. Und ich glaube, wenn die Leverkusener Mannschaft frischer und fitter gewesen wäre, auch ein Wirz zum Beispiel. Oder ein Frimpong, der ständig weggerutscht ist. Ja. Oder wir zwei, dreimal alleine vom Tor. Die machte er normalerweise blind. Aber man merkte, er war auch nicht hundertprozentig fit. Er hat sich den Fuß schnell gehalten. Schick war für mich ein Totalausfall vorne drin. Er hat fast jeden Ball verloren im Kombinationsspiel. Also die Jungs waren nicht so drauf, wie wir es einfach gewohnt sind. Viele unnötige Fehlpässe, auch im Kurzpassspiel, all das. Und das hätte Lautern an diesem Samstag ausnutzen können, wenn sie mehr Qualität gehabt hätten. Ja, aber es war eben nur der zweite Ligist, der, und das muss man ja, das gehört ja zu weit dazu, knapp die Klasse gehalten hat in der zweiten Bundesliga. Und deswegen sage ich, ein Team, das eine solche Ligasaison spielt, ist natürlich klarer Underdog im Finale. Aber dann haben sie es eben für das, was sie im Repertoire hatten, dann doch recht gut gemacht. Waren aber eben nicht gefährlich genug. Ja, ich glaube, dass Kaiserslautern sich auch eigentlich ärgert. Sie haben natürlich schon damit gerechnet, dass Leverkusen die klar spielstärkere, dominante Mannschaft ist. Aber ich glaube, wenn man in die Situation kommt, eben im Pokalfinale in Überzahl zu spielen, ich glaube, da wird auch Friedhelm Funkel bestimmt noch Wochen später sagen, wir haben die einmalige Chance gehabt, in Überzahl gegen Leverkusen zu spielen. Wir haben eigentlich gegen Leverkusen wahrscheinlich mit elf gegen elf keine Chance. Und da stimme ich genau mit dir, Didi, überein. Dafür kam natürlich dann zu wenig. Da haben sie überhaupt keine offensiven Aktionen kreiert. Und deswegen ist es, glaube ich, aus Sicht des ersten FC Kaiserslautern zwar die erwartbare Niederlage, aber eigentlich eine, wo man wirklich sagen muss, da wird man sich noch Wochen drüber ärgern, dass man einmal Leverkusen sozusagen mal Haken hatte. Das gehörte, glaube ich, auch so ein bisschen zur Philosophie von Friedhelm Funkel dazu, eben zu sagen, ja, guckt mal, macht mal hier fahrtschnelle Konter, versucht die vielleicht so ein bisschen auch zu provozieren, auch mal die eine oder andere gelbe Karte zu provozieren, Standards herauf zu beschwören. Also ich glaube, das gehörte auch mit dazu. Und ich glaube, deswegen ist der Frust beim FCK in diesem Fall, glaube ich, auch wirklich groß. Ja, Funkel hat aber auch gesagt, da war mehr drin. Das hat er auch nach dem Spiel, schon im Interview sofort gesagt, also da habe ich mir schon, das hat er auch gesagt, ein wenig mehr von meiner Mannschaft erwartet. Und ich finde, er als Trainer hat da alles richtig gemacht. Ich finde, er hat auch sehr clever agiert, was er im Personal angeht. Als ich auf die Aufstellung schaute, dachte ich, die schnellen Jungs, Tetschi und Ragnar Ache, waren ja erstmal nur auf der Bank. Und dann hat er aber die hinten rausgebracht, mit der Schnelligkeit, mit der Frische. Aber da hatte ich dann auch gedacht, da kommt dann mehr. Da kommt dann mehr. Die fordern die Defensive von Leverkusen noch ein Stück weit mehr. Wobei auch Leverkusen da ein, zwei richtig gute Verteidiger mit dabei hatte. Hinkapp hier hat ja fast alles abgeräumt. Also der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Anders als noch ein paar Tage zuvor. Wobei man sagen muss, gegen Bergamo war natürlich ein anderer Gegner, war ein anderes Spiel. Aber das hast du ja auch schon gesagt, Didi, das steckte noch so ein bisschen in den Knochen. Und am Ende haben sie es über die Ziellinie gerettet. Und dementsprechend dann auch ausgelassen gefeiert. Ja, also. Das Pokalfinale sportlich mal ganz kurz zusammengefasst. Atmosphärisch haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast schon ein bisschen skizziert, was du da erlebt hast. Die Minuten vor dem Spiel. Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Als Kaiserslautern da die Choreo abgefeuert hat. Das war schon Wahnsinn. Also ich glaube, wir müssen aber noch mehr vorher anfangen. Du kamst ja rein zwei Stunden vorher ins Stadion und hast da schon mitbekommen, die Lauterer fantechnisch sehr präsent. Ich drücke es mal so aus. Ja, das ist schön ausgedrückt. Also ja, ich glaube, da waren in der Stadt 40.000, 50.000 Lauterer. Also das war schon auch in den Tagen vorher in Berlin zu sehen, dass das eine riesen Invasion sozusagen von FCK-Fans ist. Ist ja auch verständlich. Der Verein ist ja sportlich jetzt in Schwierigkeiten gewesen in den letzten Jahren. Das ist das absolute Highlight, dieses Pokalfinale. Das haben wirklich alle ausgenutzt. Und auch, ich glaube, es gab unglaublich viele FCK-Fans, die auch gar nicht im Stadion waren, sondern das in Berlin erlebt haben. Also das war jetzt schon mal Punkt eins. Und auch, wenn wir zum Spiel kommen, klar, das ist natürlich, ich glaube, es waren am Ende 40.000 Lauterer, die auch im Stadion waren. Und die haben das, muss man schon sagen, sehr, sehr enthusiastisch begleitet. Und dann diese Fan-Choreografie, ganz ehrlich. Also du hast ja eben gesagt, ich bin seit 26 Jahren Sportschlingerlist. Aber ich habe in Deutschland, ganz ehrlich, und so fair müssen wir ja auch sein, auch aus Leverkusener Sicht, so eine Choreografie noch nie gesehen. Das ist wirklich toll. Also das muss man, dann muss man auch sagen, gut ab. Aber da warst du noch nie auf Schalke, oder? Da war ich nicht so oft. Kommt ja hin und fängt Krach an. Nein, aber ich kann es mit Zahlen untermauern, ganz kurz. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen, weil da gab es einen extra Bericht drüber. Normalerweise so eine wirklich gestandene, schöne Choreografie, gerade auch im Zuge von Bundesligaspielen etc., wenn sich die Fans da irgendeiner Mannschaft richtig Mühe geben, dann kostet die so roundabout so 20.000 Euro. Also die nehmen da schon richtig Geld für in die Hand und investieren Zeit und Gedankengut. Alles völlig klar. Deswegen auch auf Schalke, wir sind ja auch immer ganz vorne mit dabei, gibt es immer mal wieder und auch regelmäßig tolle Choreografien, auch in anderen Stadien. Ich erinnere zum Beispiel an das Halbfinale Leverkusen gegen Düsseldorf. Das war ja auch dann beeindruckend zu sehen. Aber auch in Dortmund und in München und so weiter und so fort hier Champions League, das Halbfinale gegen Real Madrid, das Hinspiel, was die da ausgepackt haben mit Kaiser Franz und so weiter. Also das ist generell schon immer richtig toll zu sehen, was die Fanlager der diversen Vereine da auf die Beine stellen. Aber, ich habe ja gerade gesagt, roundabout 20.000 Euro kostet so eine aufwendige Choreografie. Die Lauterer Choreografie 100.000 Euro, sechsstelliger Betrag und 1.000 Stunden Vorbereitungs- und Arbeitszeit haben da die Verantwortlichen der Fangruppierungen rund um Lautern da einfließen lassen. Also das ist ja ein Fulltime-Job. Und ich glaube auch, das klang ja auch schon durch, weil sie wussten, wenn nicht irgendwie die Sterne günstig stehen, kommen wir in den nächsten Jahren hier nicht mehr hin. Das ist jetzt one and only. Also wenn wir uns in was weiß ich in 30 Jahren hier wiederfinden, dann kommt das für uns nicht überraschend. Und dann wissen wir aber, okay, wir haben damals richtig abgefeuert. An uns lag es nicht. Und John Zimmer, auch von der Lautstärke der Fans, der kam dann nach dem Interview oder kam dann zum Interview nach dem Spiel und sagte, wir sind bei der Aufstellung fast die Ohren abgefallen. Was die da abgefeuert haben über die 90 Minuten, das war Wahnsinn. Also viele lauterer Spieler, ein Erlebnis, dass sie sie auch so noch nie hatten. Aber ich muss auch sagen, jetzt kommen wir ja auch auf Bayern 04 dann zu sprechen. Da waren vielleicht ein paar Leverkusener Fans weniger im Stadion, aber die haben es auch sehr, sehr gut gemacht, die Mannschaft super unterstützt. Und so kommen wir ja wieder dazu, dass sich der Kreis schließt. Das macht es dann eben so besonders, auch dieses Pokalfinale. 30.000 Fans plus, minus auf beiden Seiten. Also es ist immer ein einmaliges Erlebnis in Berlin zu sein. Und ja, das hat es auch dann, ich sage mal, das Spiel war dann auch aufgrund der besonderen Umstände, die man ja eben hatte, Platzverweis, Kuss und Nu, dann hat es vielleicht nicht ganz das versprochen, was man vielleicht sich erdachtet. Aber ich finde, dass auch zum einen Kaiserslautern das in der Überzahl nicht so gemacht hat, wie man es hätte machen können. Aber ich finde auch, dass Bayer Leverkusen das mit Routine eben und mit Cleverness in der Überzahl auch gut gemacht hat. Sie haben viel den Ball laufen lassen. Sie haben ihre Spielphilosophie eigentlich nicht verlassen, sondern sie haben eben mit viel Ballbesitz mit dem Alonso-Fußball eben auch in Unterzahl weitergespielt. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass man nicht jetzt sich komplett hinten reinstellt und sagt, oh, jetzt sind wir in Unterzahl, jetzt müssen wir hier irgendwie das Ergebnis über die Zeit bringen, sondern sie haben versucht, Fußball zu spielen. Und das, glaube ich, war auch ein ganz wichtiger Faktor, dass es dann eben zu diesem Pokalsieg gereicht hat. Ob das jetzt gegen Stuttgart oder gegen Dortmund oder gegen München gereicht hätte, das sei jetzt mal dahingestellt, wäre möglicherweise schwieriger geworden. Aber ich finde, das war ein ganz wichtiger Faktor, dass eben Alonso auch taktisch ja umgestellt hat. Er hat ja dann auch gewechselt, Stanisic unter anderem gebracht. Gegenüber Bergamo? Nee, nee, im Spiel selber. Man musste ja nach dem Platzverweis einen Offensivakteur runternehmen, hat das taktisch sehr, sehr gut umgestellt. Und ich glaube, für Kaiserslautern blieb auch wenig Zeit, auch im Ballbesitz zu sein. Und ich glaube, das war schon ein wichtiger Faktor, auch dass Bayern das Spiel letztlich gewonnen hat. Ja, Stanisic für Hofmann, stimmt, genau richtig. Didi, hast du die Szene gesehen? Florian Wirtz holt sich den Ball, will schnell einwerfen und holt er sich den Ball, rennt zur Seitenauslinie und es kommt ihm der Trainer entgegen und nimmt ihn erstmal in den Arm, um ihn zu beruhigen. Was hast du gedacht in der Szene? Das war ja irgendwie was Rührendes. Ja, aber das ist ja typisch Alonso, wie er mit seinen Spielern umgeht und er merkte, Wirtz wurde hektisch. Alle wurden ein bisschen hektisch und wollten schnell machen und er hat gesagt, pass mal auf, nimm erstmal die Zeit raus, komm wieder runter ein bisschen, dann bist du auch konzentrierter. Und das hat ja dann auch gut geklappt. Sind wir mal ehrlich, Alonso kann im Moment auch machen, was er möchte. Das wäre vielleicht vom anderen Trainer ganz anders ausgelegt worden von der Presse dann. Der hat gesagt, Maiko, guck mal da, der hält den fest oder der hätte sich vielleicht noch losgezogen, der Spieler, du weißt ja, wie Spieler manchmal sind, dauer im Eifer des Gefäßt. Aber bei Wirtz ist das natürlich, weil die beide haben ja auch ein ganz besonderes Verhältnis zueinander und war genau zum richtigen Zeitpunkt, hat er genau das Richtige gemacht, um wieder ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen und einfach eine tolle Szene, muss man ganz klar sagen. Aber da sieht man das Innenverhältnis von Alonso zu seinen Spielern. Die gehen ja alle auch, wie er nach dem Spiel die Spieler alle geherzt hat. Da den Andrich hat er geküsst und da hat er das gemacht und das und das siehst du. Und das sind ja auch alle Spieler gewesen, die gar nicht immer gespielt haben. Müssen wir uns nur mal hier Andrichs Geschichte, ist ja das beste Beispiel, er war ja erst draußen. Und dann hat er sich aber Stück für Stück reingearbeitet, hat auch tolle Spiele gemacht, tolle wichtige Tore erzielt. Denn Andrich macht ein Tor mit der Hacke, das muss man sich auch mal vorstellen. Das hätte man nie gedacht, sowas. Und da sieht man aber, wie er mit den Spielern umgeht und er schafft es wirklich alle Spieler so wichtig zu machen, um bei Laune zu halten. Und wir haben damals mal mit Rainer Kaimunter drüber gesprochen und da hatte ich das ja auch schon mal gesagt, auch als die Spieler gefehlt haben beim Afrika Cup, da spricht er gar nicht drüber. Sondern er redet seine anderen Spieler stark. Wenn du über die Spieler sprichst, die fehlen, machst du die restlichen Spieler ja klein und gibst ihnen nicht das Gefühl, dass sie gleichwertig, dass sie gleichwertigen Ersatz sind. Und das macht er einfach hervorragend. Und ich habe am Wochenende, ich habe Sky geguckt und dann habe ich mal gehört, unter welchen Trainern Alonso alles trainiert hat. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da kann der Mann nur gut sein. Was da für Lehrmeister Ancelotti, Benitez, Pep Guardiola, Luma, um ein paar hier zu nennen. Also ist schon Wahnsinn. Und die Qualität des Spiels, vom Pokalspiel nochmals, das Pokalspiel, fußballerisch weiß jetzt kein Leckerbissen, aber es war die ganze Zeit spannend. Es war spannend bis zum Abpfiff. Ich habe immer gedacht, machen die noch eine 2-0 oder rutscht irgend so ein Ball ab da, der abgefälscht wird oder so eine Ecke oder Freistoß, irgendwas noch, da tritt einer über den Ball oder sonst. Es hätte ja alles passieren können. Es war so spannend, wirklich. Und ich habe mich am Ende auch gefreut. Ich habe Gott sei Dank, Leber Krüsen hat gewonnen, weil ich einfach dem Trainer, auch dem Rolfes und der Mannschaft gönne. Also ganz ehrlich, weil sie es einfach verdient haben nach dieser tollen Saison. Ja, das haben sie definitiv. Jetzt haben wir über den einen Trainer gesprochen. Sprechen wir mal ganz kurz über den anderen. Frithian Funkel ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Hat auch vor dem Finale gesagt, in einer PK, ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich nochmal in ein Pokalendspiel komme. Großartig. So, und jetzt hat er es aber nochmal geschafft. Hat das nochmal genossen, sicherlich auch. Geht es für ihn weiter auf Lautern? Was ist mit Frithian Funkel? Mal ganz offen die Frage gestellt. Erstmal ruhig, Didi, gerne mal deine Einschätzung. Ja, Frithian Funkel ist ja so eine Art Feuerwehrmann geworden in den letzten Jahren. Hat sich dann zurückgezogen, ist jetzt wieder zurück. Immer wenn irgendwo Not am Mann ist, oder dann wird sein Name ins, oder kommt sein Name ins Spiel. Jetzt war er zum richtigen Zeitpunkt der richtige Mann bei Lautern. So wie ich gehört habe, wäre er auch gerne noch da geblieben. Hätte doch gerne noch ein Jahr gemacht. Aber das Innenverhältnis zu hängen und dem Kaderplaner Heiri ist nicht so ganz gut, weil die beiden bestimmen und der Trainer, der dort hingeht, hat wohl nicht so viel zu sagen. Das hat Funkel auch in seinen Interviews jetzt so ein bisschen durchkommen lassen. Und Lautern hat laut jetzt, Stand heute, auch schon einen neuen Trainer. Es ist zu 99,9 Prozent Markus Anfang. Steht kurz vor der Unterschrift. Hat damals noch mit Hengen zusammengespielt. Unter dem Trainer Eric Gerrits. Sagt euch sicherlich auch noch was, der Belgier. Und damals sind beide suspendiert worden. Also die haben beide eine besondere Vergangenheit auch miteinander hängen. Und Anfang, für Anfang ist es für mich eine absolute Überraschung, dass er damals nach seinem Corona-Auftritt überhaupt noch immer wieder einen Verein findet. Also das ist schon ein bisschen komisch. Aber gut, wir hier in Deutschland können auch vergeben und verzeihen. Sieht man ja. Auch wenn nicht allen verzeiht wird immer oder vergeben. Gut und jetzt, Friedhelm Funkel hat ja gesagt, er ist bereit. Er kann sich alles vorstellen. Da hält er sich natürlich immer noch ein Türchen offen. Obwohl ich aber auch der Meinung bin, irgendwann ist glaube ich auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, so mein Herr, das war's. Das hat Jupp Heynckes gemacht. Das hat Lothar Matthäus damals als Spieler gemacht. Und hat Ottmar Hitzfeld gemacht. Irgendwann ist es glaube ich auch mal so weit. Und ich glaube, dass er ein toller Trainer war und auch ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. Das hat er auf all seinen Stationen gezeigt. Sei es mit Aufstiegen, sei es mit Verhinderung des Abstiegs. Also der Mann kann doch jetzt, das ist doch an und für sich jetzt ein Punkt, glaube ich, oder ein Erlebnis gewesen zum Abschluss, das Pokalfinale, wo man sagen kann, danke, meine Herren. Das war's. Ich ziehe mich jetzt wieder zurück, genieße meine Zeit auf Mallorca, gehe zum Schützenfest nach Neuss und mache das und mache das und einfach nur Ruhe. Ich glaube auch, dass es das war. Also meine Meinung ist, dass er jetzt nicht nochmal mit 273 sagen wird, ach, ich hätte jetzt doch nochmal wieder Lust. Ich glaube, dass das war's genauso, wie du gesagt hast. Ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, Pokalfinale. Mehr geht nicht. Wir haben ja besprochen, sportlich wäre vielleicht was möglich gewesen in Überzahl. Aber ich glaube, vom ganzen Drumherum, auch wenn er das jetzt sacken lässt, wird er sagen, das war ein wunderschöner Abschluss. Über 1500 Spiele als Spieler und Trainer. Ich habe alles erlebt, ich habe alles erreicht. Zu einem Titel hat es leider nicht gereicht. Er war ja zum dritten Mal im Pokalfinale mit Duisburg. Unter anderem hat dreimal gegen den FC Bayern gespielt. Er hat ja auch scherzeshalber gesagt, ich habe dreimal gegen den deutschen Meister das Pokalfinale verloren. Immer knapp mit einem Tor. Okay, aber ich glaube, er kann total stolz sein auf das, was er erreicht hat. Und es ist ja nicht nur, dass er stolz sein kann auf das Sportliche, sondern es ist ja auch ein ganz feiner Mensch. Also es ist ja herausragend ein Vorbild auch für die Trainergeneration Alonso, der das auch immer betont hat bei der Pressekonferenz. Ich glaube, da liegen 28 Jahre zwischen beiden. Er sagt, Xabi Alonso ist ja da auch sehr demütig, er kann lernen von solchen Menschen und Trainern wie Friedhelm Funkel, der, glaube ich, über Generationen herausragende Arbeit geleistet hat. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen, auch wenn ich ihn jetzt persönlich nicht kenne. Aber ich kenne viele Menschen, die sich sehr, sehr gut mit ihm verstehen. Und alle reden nur in höchsten Tönen über ihn. Und da muss man sagen, Chapeau. Das ist schon ein tolles Trainerwerk, was er da aufgebaut hat in seinem Leben. Aber den Pokal hat er immerhin als Spieler gewonnen. Also 85 mit Bayer-Uerdingen gegen den FC Bayern mit 2 zu 1. Und da hat er ja auch im Vorfeld so ein bisschen die Parallele gesehen. Er hat gesagt, damals hatten wir als Bayer-Uerdingen gegen den deutschen Meister Bayern München auch keine Chance und die haben wir genutzt. Und jetzt haben wir auch wieder keine Chancen, die müssen wir wieder nutzen. So hat diesmal nicht geklappt, aber immerhin hat er sein goldenes Pokalerlebnis als Trainer gehabt. Ja, soweit Friedhelm Funkel und der FC Kaiserslautern. Markus Anfang. Ja, das bleibt zu beobachten, wie sich die Nummer ausgeht. Puh, ich habe auch erst mal gedacht, meine Güte, also dass sie den jetzt holen. Weil hat jetzt auch sich nicht überall mit rumbekleckert, auch nicht sportlich überall die beste Performance abgeliefert als Trainer, um es mal diplomatisch zu sagen. So, und jetzt haben sie ihn, und du hast gerade gesagt, wie das zustande kam, die Seilschaften im Fußball. Ich glaube, wenn das nach hinten losgeht, das verzeihen dann auch die Fans nicht. Das ist schwierig. Da musst du immer auch als Sportdirektor mitgehen, wenn das nicht funktioniert. Naja, das ist überall so. Aber das geht ja meistens nur so mit Kumpanei. Wer eine kennt einen, das ist jetzt, Wimuth stärkt auch Gerritz den Rücken. Auch beides Belgier. Das ist so, was soll man machen? Da kommt jetzt noch ein belgischen Co-Trainer dazu, dann haben wir drei Belgier vorne. Ja, aber so ist Fußball. Ja, so ist Fußball. Bei Bayern genauso, wenn die den Jupp Heynckes geholt haben, wenn die Ort mal Hitz fällt, das geht ja alles nur immer. Deswegen haben wir immer die gleichen Goals, weil die sich alle kennen. Ja, Markus Anfang war ja im Übrigen der Trainer in Leverkusen, der Deutsch 2016 die Generation Kai Havertz zur Deutschen B-Union-Meisterschaft geführt hat. Ja, okay. Von daher kann ich auch ein bisschen was zu ihm sagen. Also ich kenne ihn auch, habe ihn auch das ein oder andere Mal getroffen. Das ist schon einer, von dem heute auch die Spieler, wie ein Kai Havertz sprechen, in höchsten Tönen. Die sagen, beim Herrn Anfang, so nennen sie ihn, haben wir viel gelernt. Und er hat damals eben diese Generation mit damals Jakub Bednarczyk und Atakan Akainak, also das war schon eine interessante Mannschaft, die damals in Dortmund ja 2 zu 0 gewonnen hat. Und da war er der Trainer und hat da... Er ist ja ein guter Jugendtrainer gewesen, ja. Also ich kann ihn halt nur daher beurteilen. Er hat eben bezahlt im Fußball jetzt, im Profifußball. Also Dresden, was er da jetzt gemacht hat, da war er Tabellenführer mit einigen Punkten Vorsprung. 10 Punkte zur Winterpause Vorsprung auf die 3. Und war jetzt zum Schluss, glaube ich, mit 9 Punkten hinter oder so ungefähr. Ja genau, und auf der 4. Ja, haben wir so. Und in Kiel war jetzt auch nicht so der Reißer, musste auch eher gehen. In Köln hat er damals, hat er den Aufstieg geschaffen, ne? Ja, das ist kurz vor Schluss. Ah, er musste gehen, da hat er Pavlak übernommen, genau. Also irgendwie, aber der findet immer wieder einen Verein. Ich finde das manchmal unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja hier, um die Brücken zu schlagen und weil du gerade den Namen Pavlak sagte, der ist entlassen worden, heute. Zusammen mit Timo Schulz, also das Trainergespann, kann man fast schon sagen, Schulz und Pavlak ist beim FC entlassen worden, weil Christian Keller, der Geschäftsführer, sagt, wir müssen jetzt hier mal alles auf links drehen und einen Neuanfang machen. Und das auch mit verändertem Trainerpersonal. Schon ein bisschen verwunderlich, dass auch Pavlak gehen musste. Du kennst ihn ja auch noch gut, ne? Ja, ich kenne ihn auch gut. Wir hatten ja mal miteinander zu tun. Wir haben ja vorhin schon mal kurz gesprochen über meine Bergisch-Klappacherer Zeit. Wir haben damals gegeneinander gespielt, gegen Wattenscheid, das Relegationsspiel. Da hatten wir nicht den besten Draht, muss ich sagen, weil er hat sich natürlich geärgert, dass wir gewonnen haben, was ich natürlich auch im Nachhinein verstehen kann. Also, und da hatten wir nicht so das freundschaftlichste Verhältnis miteinander. Mittlerweile ist das ein bisschen entspannter geworden. Ist auch schon einige Jahre her. Pavlak war jetzt einige Jahre in Köln. Hat dann auch die Mannschaft zwischendurch, haben wir ja gerade gesprochen, kurz übernommen. Aber ich muss auch dazu sagen, ein Co-Trainer gehört mit zum Trainerteam. So, und ein Co-Trainer ist heute nicht nur ein Hütchenaufsteller, sondern trifft auch mit Entscheidungen. Seine Meinung ist gefragt. Und ich finde immer, es ist ein bisschen komisch, wenn ein Co-Trainer mehrere Cheftrainer überlebt. Also, denke ich, dass es vielleicht jetzt auch mal wirklich an der Zeit war, einen neuen Impuls zu setzen. Das hat Keller jetzt gemacht. Einzige, was natürlich ist, er hat sich vielleicht selbst auch vergessen, Keller zu sagen, ich höre auch auf, weil dir muss wirklich frisches Blut hin. Aber Keller ist in Köln innerhalb des Vereins recht gut angesehen, weil er ja den Verein finanziell in ein bisschen ruhigere Bahnen gebracht hat. Auch wenn es leider Gottes sportlich dadurch ein bisschen schlechter gelaufen ist, als sie sich das alle gedacht haben. Und wenn jetzt ein Neuanfang in der sportlichen Führung gemacht wird, dann ist das richtig, dass alle gehen müssen. Ja, das macht ja auch so. Jetzt werden wir halt sehen, was kommt jetzt neu. Ja, wenn immer so alte Zöpfe dableiben, dann ist das auch für die Spieler und alles. Es soll ja ein richtiger Neuanfang sein. Und jetzt hat der 1. FC Köln die große Chance, diesen Neuanfang zu machen. Unter sehr schweren Bedingungen, Stichwort Transfer, Sperre, das ist natürlich sehr hart. Eine harte Aufgabe. Eine harte Aufgabe und natürlich, wenn man dann die Saison auch sieht und das ganze Drumherum, wo man dann sagt, Stichwort Struktur des Vereins, Präsidium, das sind ja alles Dinge, die da mit reinspielen. Transfers, die getätigt wurden. Also das ist eigentlich schon absolut desaströs, was da abgelaufen ist jetzt in dieser Saison. Das muss man ganz deutlich sagen. Es ist alles schiefgelaufen, was schiefgehen konnte nach einer Ära, sage ich mal, Ära ist vielleicht zu viel gesagt, aber zwei Jahre Steffen Baumgart, der den Verein ja stabilisiert hat. Ich glaube, das ist einmal Siebter und einmal Elfter geworden. Und hat da eigentlich, das ist ja für Köln schon eine lange Zeit, zwei Jahre Trainer da zu sein. Das muss man ja schon schaffen. Das ist für Köln eine lange Zeit. Und dann, das habt ihr ja auch sicherlich schon das ein oder andere Mal diskutiert, dann wird es schwierig. Aber ich glaube, die Gesamtgemengelage in Köln, die könnte schlechter nicht sein. Weil man natürlich eine unglaublich schlechte Ausgangsposition jetzt hat für die kommende Zweitligasaison. Ja gut, jetzt ist aber auch, das muss man sehen, jetzt hat Bayer Leverkusen natürlich als Nachbar auch so eine Wahnsinnssaison gespielt. Das muss man auch mal sehen. Das kommt auch noch dazu. Dadurch kommt noch dann dazu, dass Köln nur wirklich in diesem Jahr ist alles schiefgelaufen, was schief flammen konnte. Baumgart, bin ich der Meinung, hätte schon längst eher entlassen werden müssen. Weil den hat ja gar keiner mehr ernst genommen. Weil du, wenn du zwei Jahre lang wie so ein Tiger da mit deinem T-Shirt und deiner Kappe am Spielfeldrand ständig bist, dann hat er seiner eigenen Mannschaft ja auch schlecht geredet. Auch in der Kabine, das haben wir ja auch schon gehört. Wir hatten ja auch schon den 1. FC Köln als Thema. Da hat man uns das ja auch ganz klar bestätigt. Da ist der Wechsel zu spät gekommen, weil sonst hätte der Klassenerhalt vielleicht sogar noch geschafft werden können. Timo Schulz hat jetzt 17 Punkte geholt. Hat seine Arbeit nicht schlecht gemacht. Solide, ne? Solide Arbeit. Wir hatten es ja vorhin nachgeblättert. Siege, Unentschieden, Niederlagen. Hast du es noch im Kopf? Er hatte drei Siege, ich glaube fünf Remis, acht Niederlagen, so roundabout. Ich weiß nicht, 17 Spiele hat er abgeliefert. 17 Punkte haben ihm wehgetan. Unentschieden. Und diese Darmstadt-Niederlage. Das war die schlimmste Niederlage für erstes. Und man muss ja auch mal sagen, es gab zwei Last-Minute-Siege gegen Bochum, gegen Unentschieden, Berlin, die fast schon, hätte ich gesagt, aus Heiter. Aber da schaffst du manchmal dann noch den Klassenerhalt, weil du auf einmal das Glück auf deiner Seite wieder hast. Ich sage ja immer, die waren ja fleißig in den Spielen und haben den Rückstand aufgeholt. Der Knackpunkt war wirklich diese Darmstadt-Niederlage. Das hat am meisten wehgetan. Weil wenn sie diese drei Punkte geholt hätten, dann wären die mit dem Geschäft gewesen. Drei Siege, acht Unentschieden, sechs Niederlagen, genau. Deswegen die 17 Punkte. Und 17 plus 17 wären 34. Das hätte dann zum Klassenerhalt sogar gereicht, aber er kam ja eben auch erst im Winter. So, hat dann nicht geklappt. Jetzt machen sie den Neuanfang. Ich bin gespannt, wer da ein neuer Trainer wird. Habst du eine Idee? Im Moment muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die müssen innovativ sein. Auch die werden bestimmten Jungen holen. Das ist ja jetzt der neue Trend, dass junge Trainer auf dem Vormarsch sind. Und ich lasse mich überraschen. Frank Schäfer mischt ja auch wieder so ein bisschen mit da. Vielleicht hat er den einen oder anderen, den er auf einmal mit ins Geschäft bringt da. Ich weiß es nicht. Zum Glück gilt die Transfersperre nicht für Trainer. Ja. Sonst wüssten sie hinaus. Man muss ja sagen, wenn ein Trainer ein Angebot vom 1. FC Köln kriegt, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Das ist nach wie vor interessant. Das ist nach wie vor interessant. 1. FC Köln, das ist ja auch ein absoluter Traditionsverein. Und wenn du einen Köln-Trainer bisher nicht gesehen hast, die Fans, das ist ja auch Wahnsinn. Da freust du dich da als Trainer auf jedes Training und auf jedes Spiel, was du hast mit der Mannschaft. Ja, die Strahlkraft ist immer noch da. Aber natürlich, wie gesagt, jetzt hat man wirklich eine beinharte Aufgabe in der kommenden Saison. Ich bin da auch mal sehr gespannt, was da passiert. Und ja, aus Leverkusener Sicht kann man sagen, das sind da auch immer tolle Derbys gewesen. Wir waren ja jetzt im März nochmal da und wie du es gesagt hast, die Stimmung ist gut. Wenn nur der Fußball nicht wäre. Das hast du jetzt gesagt. Das hat der Udo Löttig früher gesagt. Genau, 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 genau. So, anderes Thema. Toni Kroos verkündete, dass er im Sommer aufhört mit dem Profifußball. Ja, einer der ganz Großen des deutschen Fußballs, der jetzt mit der EM nochmal seinen großen Abschied selber so ein Stück weit mitzelebrieren kann. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Die Aussage kam ja jetzt vor der EM und das könnte sein goldener Abschluss werden. Eine erfolgreiche Heim-EM mit Deutschland. Aber das jetzt erstmal nachgelagert. Die Frage ist, Nico, wie blickst du auf Toni Kroos? Denn ich weiß, du hast früher mit ihm, man kann schon sagen, zusammengearbeitet als Reporter. Genau, also er hat ja anderthalb Jahre in Leverkusen gespielt, war ausgeliehen vom FC Bayern zu Beginn seiner, wie wir ja wissen, sehr erfolgreichen Karriere. Schon damals war zu sehen, dass er ein absolut fantastischer Fußballer wird. Ob man da jetzt sehen konnte, dass er zu Real Madrid geht, das ist ja immer schwer zu sagen. Aber tolle Ballbehandlung, immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Eine absolute Passmaschine, schon mit 20. Also ganz, ganz fantastischer Spieler. Und habe auch das eine oder andere Interview mit ihm für unseren Verein geführt. Und schon damals zeigte sich eigentlich auch, dass es für einen Jugendspieler ein sehr großes Selbstvertrauen hat. Der ist nicht demütig dem Interviewsteller gegenüber aufgetreten, sondern hat auch mal gesagt, wieso, was heißt jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Also immer einer, der auch Sachen hinterfragt. Der hat dann auch schon damals zu dir gesagt, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen. Ja, so ungefähr. Sehr ähnlich. Nein, aber was ich damit halt sagen will, der vertritt eine Meinung. Also es ist keiner, der dann, sage ich mal, die Standardphrasen vorgibt, auch in Interviews. Das war schon zu sehen. Ja, das ist einer, der vertritt seine Meinung. Der hat das Zeug zum Leader. Und ja, das war schon damals toll, das mitzuerleben. Er hat irre Spiele gemacht, also Traumtore erzielt, tolle Vorlagen. Also war für seine damalige Zeit sehr, sehr weit. Und der Jupp Heynckes gereift, ne? Genau, der Jupp Heynckes hat ihn dann, das war so sein Ziehvater, kann man sagen. Und der hat ihn dann quasi ja auch aus München dann geholt. Später ist dann Jupp Heynckes selber nach München gegangen und hat Toni Kroos ja dann wieder quasi da getroffen. Also das war schon eine tolle Zeit. Und klar, Toni Kroos hat natürlich von Jupp Heynckes extrem viel gelernt, wie überhaupt der Jupp Heynckes in Leverkusen damals, ja, sensationelle Arbeit geleistet hat. Gehört zu den absoluten Top-Trainern, die jemals bei Bayern 04 gearbeitet haben. Aber wie gesagt, Toni Kroos, tolle Karriere und wir kommen ja auch sicherlich zu seiner Entscheidung. Das ist natürlich auch total intelligent, jetzt auf dem Höhepunkt abzutreten, weil er ja jetzt im Grunde so stark auch noch spielt. Also der könnte ja, da sind wir ja eigentlich noch zwei, drei Jahre weiterspielen. Aber er macht es richtig, nicht bevor er gefragt wird, könntest du nicht bitte zurücktreten. Eventuell macht er das jetzt mit dem Höhepunkt Champions League Finale, Europameisterschaft, Deutschland. Also Respekt. Was sagst du zu Toni Kroos und seiner Entscheidung aufzuhören und inwiefern kann sich das vielleicht sogar positiv auswirken aufs Heim-EM-Turnier? Ja, erstmal bin ich bei Nico. Toni Kroos ist ja ein schlauer, intelligenter Spieler, aber auch Mensch. Ich glaube, dass all das ist geplant. Dass er genau wusste, wenn ich die Zusage für die EM, damit gebe ich auch meinen Abschied als Profifußballer bei Real Madrid bekannt. Und so habe ich einen schönen Abschluss, selbst wenn wir jetzt nicht ins Finale kommen, wo ich sowieso nicht von ausgehe. Aber er spielt nochmal die Europameisterschaft, er ist gut in Form, er tritt dann in Anführungsstrichen auf seinem Höhepunkt ab. Ich gehe davon aus, dass ich die Champions League auch noch gewinne. Also geht er auch noch als Champions League Sieger und ist ja nichts Besseres, kannst ja nicht besser aufhören wieder. Das ist genauso, wie ich gerade schon sagte, als Trainer auch. Man sollte immer gucken, dass man, wenn man oben ist, dass man geht. Juri Löw hat damals den Fehler gemacht, er ist nicht gegangen als Trainer. Und auch er hätte, ich bin jetzt Weltmeister, Ende. So wie damals Franz gesagt hat. Und danach hat er gesagt, die Mannschaft ist auf zwei Jahre erstmal unschlagbar. Auf viele Jahre. Ja, auf viele Jahre. Du musst erstmal und dementsprechend macht er das vollkommen richtig. Aber du sagtest vorhin ja auch, in den Interviews am Anfang schon, hat er schon auch Kontra gegeben. Dadurch war er in Deutschland eine Zeit lang mal nicht so beliebt, weil da haben wir gesagt, er ist ein arroganter, überheblicher Typ. Ganz klar. Wenn in Deutschland einer nicht so, sagen wir mal so ein bisschen gegen den Strom springt, bist ja direkt überheblich und arrogant, gehörst du ja nicht mehr direkt dazu. Aber dieses Image hat er abgelegt, das hat er aber geschafft, durch seine tollen Leistungen, hat er sie alle wieder auf seine Seite gezogen. Und durch die Unterstützung auch von Angelotti. Er ist ja auch wie ein Vater zu ihm und das merkt man ja, er sagt ja jetzt auch, er ist ein ganz großer Spieler, der jetzt aufhört. Hier unser Denker und Lenker des Spiels, der ist nicht mehr da, da müssen wir erstmal Ersatz für finden und all das. Absolut richtig, Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ich wünsche ihm einfach nur, dass er eine verletzungsfreie und gute EM spielt und dann kann er mit als einer, wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Fußballer aufhören. Ich glaube, wenn sie jetzt noch Europameister werden würden, dann hätte er den Titel auch noch. Alle Titel hat nur Müller. Andreas Müller ist in dieser Hinsicht der erfolgreichste Spieler, hat alle Titel gewonnen. 90 Weltmeister, 96 Europameister. Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, Pokalsieger, der hat alle Titel gewonnen. Das hat kein anderer deutscher Spieler. Den müssen wir auch mal hier einladen. Ja. Weil das will ich wissen, wie sich das anfühlt, mal alle Titel zu gewinnen. Ganz kurz zu Toni Kroos, die meisten wissen es natürlich, aber ich kann das, was ihr sagtet, nochmal so ein bisschen mit Zahlen untermauern. Weltmeister geworden 2014, dann insgesamt fünfmal Champions-League-Sieger. Jetzt wird das sehr wahrscheinlich sein sechster Titel, können wir nochmal kurz drüber sprechen. Ja, einmal mit dem FC Bayern, viermal mit Real Madrid, dann Klub-Weltmeister geworden, sechsmal mit dem FC Bayern und fünfmal mit Real Madrid. UEFA Cup-Sieger ist er geworden, er ist dreimal deutscher Meister geworden, viermal spanischer Meister geworden. Und das sind noch längst nicht alle Titel. Also, so eine Europameisterschaft, die würde sich dann auch noch gut in der Vita machen. Inwiefern siehst du Chancen für Toni Kroos und die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, Nico? Und glaubst du vielleicht, dass der Anreiz für Toni jetzt nochmal besonders groß ist, was Großes mit der Mannschaft zu erreichen? Und dass das auch nochmal eine Energie mit sich bringt, von der die Mannschaft profitieren kann? Weil er weiß, es ist mein letztes Turnier? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, dass Toni Kroos jetzt mitspielt, das hat man ja auch schon in den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande gesehen. Das hat schon eine gewisse Strahlkraft für die Mannschaft auch. Ich finde auch die Lösung gut, jetzt nicht weil er in Leverkusen spielt, sondern als Typ eben ihm Robert Andrich an die Seite zu stellen. Das ist eine sehr gute Mischung. Der spielt starke Kroos, hat dann den Abräumer, der auch spielerische Qualitäten hat. Andrich, muss man dazu sagen, haben wir ja jetzt auch gesehen. Also, das ist eine sehr gute Mischung. Und ich glaube, natürlich können sich auch die jungen Spieler der deutschen Nationalmannschaft an einem Spieler wie Toni Kroos hochziehen. Werden profitieren von seiner Erfahrung. Das definitiv. Also, da hat Julian Nagelsmann, finde ich auch jetzt, was das Aufgebot angeht, sehr viele richtige Entscheidungen getroffen. Er geht nach Leistung. Viele Stuttgarter sind dabei. Leverkusener, Toni Kroos. Ich finde das Aufgebot, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es gut. Man kann jetzt über die ein oder andere Personalie, Stichwort Hummels, da kann man vielleicht diskutieren. Aber insgesamt ist das absolut ein Leistungsaufgebot. Und man hat ja auch gesehen, der Teamgeist stimmt mit einem Toni Kroos als Leader. Ja, ich glaube, das hätte ich, ich glaube, so ehrlich bin ich auch vor einem halben Jahr nicht gesagt. Es ist ja da mal schlechter aussah um die deutsche Nationalmannschaft. Aber ich glaube, sie werden ein gutes Turnier spielen. Natürlich, das wisst ihr ja auch, gehört ja immer ein bisschen Glück dazu, wie weit man dann kommen wird. Aber ich traue ihnen das Halbfinale schon zu. Das sage ich ganz ehrlich. Ob es dann am Ende für ganz vorne, für die große Krönung reichen wird, da bin ich ein bisschen skeptisch. Weil du hast natürlich auch tolle Mannschaften, die da mitspielen. Wie immer die üblichen Verdächtigen, Spanien, Italien, Frankreich, England. Das sind natürlich alles herausragende Mannschaften, da brauchst du auch ein bisschen Glück. Aber ich glaube, die Mannschaft kann weit kommen, ja. Okay, soweit dein EM-Fazit, Nico. Das von Didi, das sparen wir uns jetzt, weil in der nächsten Woche, das kann ich jetzt schon mal als kleinen Teaser vorausschicken, gibt es eine Folge mit Marco Hagemann, der als Kommentator die Nationalmannschaft begleitet schon seit vielen, vielen Jahren. Sehr interessant auch sein Blick hinter die Kulissen und das, was er zur Europameisterschaft und vor allem auch zur deutschen Nationalmannschaft zu erzählen hat. Und da ist auch viel Analyse von Didi dabei, das weiß ich jetzt schon. Also insofern, Hagemann und Didi Schacht, die Nationalmannschafts- respektive EM-Voranalyse, die gibt es dann nächste Woche nochmal richtig ausführlich. Deswegen springen wir so ein bisschen thematisch und gehen da jetzt weiter. Und kommen wir mal ganz kurz zu sprechen auf S04. Didi, hat sich da irgendwas getan in den letzten sieben Tagen? Ja, einiges. Ja, echt? Einiges hat sich getan. Ja, wir haben uns ja von einigen Spielern, wird sich ja getrennt, zehn an der Anzahl. Dann kriegen wir auch ein neues Trainerteam, Torwarttrainer, Mike Büsgens ist nicht mehr Co-Trainer, Kreuzer ist kein Co-Trainer mehr. Auch da hat man gesagt, muss man einen Neuanfang machen, neue Gesichter ins Spiel bringen. Der Cheftrainer hat ja gesagt, er arbeitet jetzt weiter für den FC Schalke 04. Obwohl ich jetzt schon wieder gehört habe, dass es doch noch nicht so hundertprozentig auf einmal sicher sein soll. Dann soll ein neuer Co-Trainer kommen aus Belgien. Dann hat er seinen Trainerstab zusammen. Ich gehe aber davon aus, dass er weitermacht. Aber es wird immer wieder aus Belgien irgendwelche Presseberichte auch lanciert, wo immer heißt, er wäre da im Gespräch, erst da im Gespräch. Ich denke, er bleibt beim FC Schalke 04. Er hat ja auch vor 14 Tagen ein klares Bekenntnis abgegeben, dass er weitermacht nach dem Klassenerhalt. Und jetzt sollten sie ganz schnell schauen. Und da sind sie aber am Ball. Da ist Ben Manga am Ball, Raphael Tonello, Vorstand, Trainerteam, Wilmutz, die neue Mannschaft zusammenzustellen. Wir haben zwei neue Spieler geholt, einen von Osnabrück und einen von Eintracht Braunschweig. Beide haben gegen den Abstieg gespielt, aber haben da wohl sehr auffällig gespielt. Und jetzt ist es die Frage, sind es für uns am Ende Verstärkungen oder nicht? Aber das sehen wir natürlich erst, wenn die Saison wieder läuft. Im letzten Jahr haben wir auch gedacht, wir haben eine starke Mannschaft und steigen wieder auf. Und haben auf einmal um den Klassenerhalt spielen müssen. Das ist natürlich nicht so gut. Das kann man den Schalker Fans vielleicht noch ein Jahr lang bieten. Ich glaube nicht, dass wir im nächsten Jahr direkt wieder aufsteigen. Ich wünsche mir aber, dass wir ganz oben mitspielen. Und dann im Jahr danach muss, ohne Wenn und Aber, muss der Aufstieg wieder her. Weil das ist nicht so, irgendwann sagen die Fans dann auch mal, so, jetzt bleiben wir mal zu Hause. Und das wäre fatal. Aber unsere Leute sind am Ball, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen. Und dass wir dann in der neuen Saison auf jeden Fall eine bessere Rolle spielen, als was dieses Jahr gemacht haben. Ja, ich glaube auch, dass drei, vier, fünf, sechs Jahre SV Elversberg auf Schalke, bei allem Respekt für die Elversberger, das wird dann irgendwann nicht mehr allzu attraktiv sein für die Schalker Fans. Da möchte man schon dann wieder Leipzig, Dortmund, das Derby, Bayern und so weiter sehen. Das ist ja genauso, wie du Fynn sagst, Nico, mit Leverkusen-Köln. Also bei uns ist es Dortmund, weißt du, ist so. Ein weiterer ist verpflichtet worden, ganz kurz, Nico, weil ich es jetzt hier gerade sehe, ein Außenverteidiger kommt aus Windtour. Und zwar Adrian Gantenbein, sagt immer nichts, der Name. Der ist jetzt gekommen vom FC, nicht Windtour, sondern Wintertour. Wintertour aus der Schweiz. Aus der Schweiz, genau, FC Wintertour. Bin die erste Liga oder zweite Liga? Das weiß ich nicht, das müsste ich recherchieren, weil ich im Schweizer Fußball gar nicht so behaftet bin. FC Wintertour. Bis 2028 unterschrieben. Aber jetzt mal unabhängig vom Namen, was man halt sieht, FC Wintertour, Eintracht Braunschweig, VfL Osnabrück, man sieht ganz klar, in welchem Regal sich der FC Schalke bedient. Natürlich, aufgrund der finanziellen Situation macht man das. Aber was du dafür brauchst, ist ein richtig, richtig gutes Auge. Weil natürlich gibt es auch bei einem Schweizer Erst- oder Zweitligisten beziehungsweise bei mittelmäßigen, rein sportlich Zweitligateams wie Braunschweig oder auch bei einem Absteiger wie Osnabrück gibt es immer den einen oder anderen richtig guten. Natürlich gibt es die. Aber da brauchst du schon ein richtig gutes Auge. Genau, das muss dann sitzen. Also du musst das Potenzial erkennen und musst dann sagen, ja, okay, da ist eben das Talent dann vorhanden. Da musst du gut scouten. Klar, das ist wichtig, weil du eben, du hast es ja angesprochen, die finanziellen Möglichkeiten nicht hast. Und ja, das wollte ich eben sagen, ich drücke den Schalkern wirklich alle Daumen, weil es auch, glaube ich, der Satz ist jetzt auch nicht zum ersten Mal gefallen. Schalke gehört in die Bundesliga einfach. Es ist ein Verein, der die Geschichte in Fußballdeutschland geprägt hat. Ja, immer wieder natürlich Rückschläge hinnehmen musste in den letzten Jahren. Ich bin gespannt, ich drücke die Daumen. Es wird eine hochkarätige zweite Liga im nächsten Jahr mit vielen Traditionsklubs. Wir werden ja gleich auch noch über Bochum vielleicht sprechen, denen ist auch der Abstieg droht. Mit Köln, mit Hamburg, wer da alles mitspielt, das ist schon auch eine starke Konkurrenz für die Schalker im nächsten Jahr. Und sich da eben zu behaupten mit solch guten Transfers, cleveren Transfers, wo man das Potenzial frühzeitig erkennt, dann auch mit Gewinnen vielleicht Spieler dann auch mal verkaufen kann, all diese Dinge. Aber ich bin gespannt, aber ich drücke den Schalkern die Daumen. Wie gesagt, es ist ein Klub, der muss eine Etage höher spielen. Nico, gib da mal zwei, drei Namen ab. Weil ich weiß, du kommentierst auch extrem viel Jugendfußball. Bundesliga U17, Bundesliga U19, die A-Junioren, die B-Junioren und so weiter und so fort. Das heißt, du kennst dich weitaus besser aus im deutschen Nachwuchsfußball als viele, viele, viele andere. Hast du da so ein, zwei Namen mal, wo du sagst, da könnten sich die Schalker Scouts mal bedienen? Oder ein, zwei Vorschläge? Ich glaube, dann kriege ich eher damit. Weil die kriegst du ja günstig. Man muss ja bei der Leber und Kursen ganz ja ausklammern, aber du siehst ja auch andere Vereine, kennst ja auch andere Mannschaften. Guck doch mal nach Dortmund oder wer da sonst noch so. Wo man einfach sagt, okay, die kriegst du vielleicht günstig und die haben Entwicklungspotenzial? Würde ich jetzt keinen Namen, glaube ich, nennen, weil du natürlich zum einen auch vielleicht dem einen oder anderen zu nah trittst, den du nicht nennst. Auf jeden Fall kann man sagen, die Knappenschmiede ist ja bekannt für sensationelle Jugendarbeit auch. Ich weiß auch von dem einen oder anderen Leverkusener Spieler, der dann zur Schalke gegangen ist, weil er natürlich da, klar, auch diese ganze Infrastruktur, das ist ja jetzt erstmal per se, mal abgesehen von allen Schwierigkeiten, die es da jetzt im Moment gibt, ist das ja schon auch herausragend in Deutschland. Stichwort Norbert Elgert, was der seit 1996, glaube ich, auf Schalke da auch für eine Jugendarbeit macht. Also da kommen immer wieder, in jedem Jahrgang kommen da immer zwei, drei herausragende Spieler sozusagen auch ans Licht. Oder ich habe auch viel gesehen, Dortmund, als Moukou noch in der U19 gespielt hat, der hat da alles auseinandergeschossen. Der hat, ich weiß nicht, über 150 Tore, glaube ich, gemacht in der U19. Und du siehst dann da auch wieder an dem Beispiel, dass dann eben nicht es so weitergeht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Alle haben damals gedacht, auch der Moukou, der wird Europas Fußballer des Jahres so ungefähr. Und ja, und man sieht dann eben, dass dann eben aber auch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, das ist ja der Schritt, der dann noch folgt. Das ist ein riesengroßer Schritt. Und da schaffen es dann eben auch, ich will nicht sagen wenige, aber es schaffen bei weitem eben nicht alle, diesen Schritt eben zu gehen und sich dann im Profifußball zu etablieren. Von daher, ja, das ist eine interessante Frage. Da hat Schalke aber bestimmt auch immer Jahr für Jahr ganz interessante Spieler in den Reihen. Didi, der FC Winterthur spielt in der ersten Schweizer Liga, ist Fünfter geworden. Fünfter von zwölf Mannschaften mit 49 Zählern und damit 16 Punkte hinter dem ersten Young Boys Bern. Ja, was man auf jeden Fall schon sieht ist, muss man ganz einfach sagen, Ben Manga ist da, Raphael Tornello ist der Chef der Scouting-Abteilung. Acht neue Scouts wurden verpflichtet. Deshalb sind sie verpflichtet worden, um solche Spieler, ich denke mal, der Junge hat Qualität, sonst würden wir ihn nicht verpflichten, um solche Spieler zu holen. Und das hat es vorher nicht gegeben unter Hechelmann. Der hat einfach hier nur in der Nähe geguckt und hat welche Spieler geholt, die woanders gar nicht gespielt haben, teilweise von Anfang an. Und mit solchen Spielern kommst du nicht weiter. Selbst in der Winterpause noch, also diesen, ich weiß gar nicht, Snoopy oder Suppi oder Suppi hieß der, den wir da geholt haben. Suppi. Suppi, ja. Der Junge kam schon verletzt, der musste vier Wochen erstmal trainieren, damit der fit wird. Dann hat er zweimal gespielt, dann war er wieder verletzt. Und dann hat er noch dreimal schlecht gespielt wieder und jetzt durfte er wieder nach Hause. Aber auch da arbeitet der Vorstand dran oder hat sich gesagt, Moment mal, da muss was geändert werden. Und ich hoffe, die Spieler schlagen alle so ein, wie wir uns das vorstellen. Aber nochmals, wenn man einen Spieler aus Winterthur holt und man gibt ihm so einen langfristigen Vertrag, also muss der Junge schon etwas können. Ich kann ein bisschen was über ihn erzählen. 23 Jahre alt, wie gesagt, Vertrag unterschrieben bis 2028. Und Sportdirektor Mark Wilmot sagt, mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der Offensivimpulse auf der rechten Seite setzt. Und der Spieler selber sagt, nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und möchte das Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzahlen. Kommt aus der Jugend vom FC Winterthur und hat bislang 52 Einsätze in der ersten Schweizer Liga zu Papier gebracht. Soweit ein paar Daten und Fakten zum Neuzugang aus der Schweiz. Ansonsten, du hast schon gesagt, Anton Donkow von Braunschweig und wer war es noch von Osnabrück? Ja, dunkelhäutiger, schneller Spieler. Oh Gott. Den Namen sage ich jetzt, weiß ich nicht genau, wie der heißt der. Ja, also auf jeden Fall Brandon. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit der Aussprache. Deswegen sage ich auch immer Assam und nicht den Nachnamen und alles Mögliche. Ja, aber ich liefere das gleich noch nach. Auf jeden Fall Brandon Soppi, von dem du gerade gesprochen hast, der kehrt zu Atalanta Bergamo zurück. War ja nur eine Laie. Henning Matriciani, dem wurde ein Vereinswechsel nachgelegt. Cedric Brunner, der konnte ja auch nicht überzeugen. Nein, aber dafür haben wir ja jetzt den Jungen geholt aus der Schweiz und unser Problem war ja, oder unser Problem war ja die Außenseite, die rechte, über die rechte Seite kam ja nichts. Und wenn er auch offensiv Akzente setzen kann und defensiv den Laden zuhält, dann ist die Verpflichtung vollkommen richtig und wenn Wilmots das sagt, dann wird das auch so sein, dass der Spieler diese Qualität hat, weil ich denke, dass die Scouts da, den sich oft genug angeschaut haben und dementsprechend haben sie das Urteil gefällt und jetzt muss der Junge schnellstmöglich auf Schalke ankommen. Ja. Aber auch da kennst du ja meine Meinung zu, was man machen muss mit diesen Spielern, damit sie auf Schalke ankommen. Du musst erst mal die Jungs zwei, drei Spiele gucken lassen, was es heißt, in der Arena zu spielen. Vor 60.000, ne? Vor 60.000, die dich aber 95 Minuten lang nach vorne brüllen und die dich unterstützen in jeglicher Hinsicht, damit sie nicht von dem Druck erdrückt werden. Dann musst du denen mal die Stadt Gelsenkirchen zeigen, musst mal über die Schalker Meile gehen mit denen, dann gehst du mal zum Püt hin, fährst mal einmal runter, zeigst ihnen das auch mal, wie das ist, was Schalke ist, dieser Mythos und du gehst auch mit ihnen mal über die Geschäftsstelle und sagst hier, für die also spielst du mit Fußball. Ja. Weil da geht es um Existenzen auf Schalke und das muss man den Spielern von vornherein beibringen, damit sie ganz schnell dieses Schalke-Gehen bekommen und wenn sie das haben, wenn sie das verinnerlichen, haben sie das schönste Leben auf Schalke. Ja. Das ist ja eigentlich ganz einfach, ne? Ja. Ist an für sich nicht schwer. So, Christian Conté heißt der, Spieler von Frau Wellosnerbrück, der gekommen ist und der hat richtig Speed. Ja, ist ganz schnell. 36,2 kmh und da liegt im Schalke-Ranting auf dem zweiten Platz der Sprinter. Er ist sogar schneller als Schalkes, nein, der der Liga, so, also der zweitschnellste der Liga, der zweiten Liga und damit ist er sogar schneller als Schalkes bisher bester Sprinter, Brian Lassme. Soweit zum Osnabrücker. Ja, der kann ja nur sprinten. Ich hoffe, der Jungen kann auch Fußball, der Conté, weil das ist wichtig. Dabei Lassme, der ist auch schnell, alles gut, der Junge. Aber Conté, ich habe ihn auch schon spielen sehen in Osnabrück. Und, trickreich, schnell, nochmals. Kommt alles drauf an, wie schnell sie klarkommen auf Schalke. Wir haben noch 0,4 Minuten etwa Podcast-Zeit und zwei Dinge habe ich noch auf der Agenda. Dich frage ich nämlich gleich nochmal zur nächsten Saison, weil ich möchte gerne den Kreis dann schließen mit eben wieder Bayern 04, weil die Frage ist ja, war das jetzt eine One-and-only-Saison oder wie sind jetzt die Ansprüche da bei Bayern unterm Kreuz und wo geht die Reise hin und was tut sich da? Deine Prognose vielleicht mal. Aber vorher möchte ich noch mit Didi über den VfL sprechen, denn du warst im Stad, Stadion. Du warst im Stadion und du hast mir eine Nachricht geschickt und hast gesagt, du hast noch nie so schlechten Fußball gesehen. Ja, das war grausam. Also VfL Bochum hat für mich kein Erstliga-Format. Was ich da gesehen habe, einen Spieler muss ich besonders herausnehmen, Osterhage, das weiß ich gar nicht, der würde in keiner Oberligamannschaft spielen, wie der da rumgelaufen ist. Kein Tempo, also das war die ganze Mannschaft bis auf den linken Verteidiger Bernardo, der war noch und dann Stöger, das waren die zwei auffälligsten Spieler an dem Tag. Lute, nach langer Zeit erst einmal wieder gespielt, sah beim ersten Tor ein bisschen unglücklich aus, danach hat er einen toll gehalten, beim dritten lässt er den Ball nach vorne abprallen, sieht natürlich auch nicht so toll aus, aber die Unruhen, die halt vorher waren, das ist halt das Problem bei Bochum gewesen, aber wie diese Mannschaft sich präsentiert hat, vor vollem Haus, die Fans, die haben sie auch, da war eine Stimmung im Stadion und wenn Grönemeyer-Lied läuft, Bochum sowieso, aber auch die Fortuna, die haben auch eine Riesenstimmung gemacht und die Fans, aber wie man sich in einem solch entscheidenden Spiel so verkaufen kann und die Fans, die haben nach dem Spiel noch nicht mal gefiffen, die haben ein paar, haben sie ein paar Spiele, haben sie beschimpft, aber ich glaube, die waren auch alle so unter Schock nach diesem Spiel, also ich habe noch nie in einem Relegationsspiel einen schlechteren Erstligisten gesehen als den VfL Bochum an diesem Abend und ich muss ganz ehrlich sagen, auch der Trainer gibt keine tolle Figur ab, also ich hätte weiter mit Lecce gearbeitet, bin ich ganz ehrlich, der hat ein großes Ansehen gehabt in Bochum, hat tolle Arbeit dort geleistet und wenn ich jetzt den Trainer höre, den habe ich heute Morgen in der Pressekonferenz gehört, ja wir müssen gucken, dass wir schnell ein Tor machen und am besten nicht in keines reinkriegen. Das wäre jetzt auch meine Analyse. Das ist ja unglaublich, so eine Aussage zu tätigen in der Pressekonferenz von diesem entscheidenden Spiel und auch im, dass er Losilla hat er draußen gelassen beim letzten Spiel, da habe ich gehört, da wären auch interne Differenzen gewesen nach der Suspendierung von Riemann. Wir wissen nicht, was Riemann noch alles gemacht hat, ich habe da so ein paar Sachen gehört, wenn das wirklich stimmen sollte, das ging ja natürlich gar nicht, muss wohl handgreiflich auch geworden sein und all das und sowas geht natürlich nicht. Aber Losilla ist ja nun mal die Figur schlechthin unumstrittener Spieler, der immer von Anfang an spielen muss, wenn er nicht verletzt ist und dann bringe ich doch so einen Spieler nicht in den letzten 20 Minuten und bringe da so einen Osterhage. Das war mehr ein Osterhase, den ich da gesehen habe, aber nichts anderes. Also das war unglaublich. Ich war mit meinem Sohn da, ich habe nachher nur, der wohnte im Buch und ich habe gesagt, was hast du gemacht, wo hast du mich hier hingeführt? Und Fortuna, die haben noch nichtmals überragend gespielt, aber die haben clever gespielt, haben diese Fehler ausgenutzt und haben am Ende auch absolut verdient in dieser Höhe mit 3 zu 0 gewonnen. Und für mich ist Thione auch ein ganz toller Trainer. Der ist auch vom Typ her, wie er sich gibt, bescheiden, wie er auftritt, eine klare Meinung und bringt das sehr sympathisch und nett auch drüber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, absolute Top-Trainer-Verpflichtung, die die Fortuna damals getätigt hat. Ja, stimmt. Osnabrücker Legende. Als Spieler, als Trainer dort agiert, sehr erfolgreich und jetzt eben mit Düsseldorf auf dem Weg in die erste Fußball-Bundesliga. Ja, eigentlich kann man da schon Ausrufezeichen mit der machen. Düsseldorf geht hoch, Bochum geht runter oder was meinst du? Ja, da brennt nichts mehr an. Also das wird die Fortuna nicht mehr verspielen. Wenn sie das nehmen lassen, dann haben sie auch nichts in der ersten Liga zu suchen. Das ist so. Und wo du Daniel Thione auch ansprichst, die Fortuna hat ja im Halbfinale des DFB-Pokals in Leverkusen gespielt und da war auch, ja, da war eine der wenigen Mannschaften, die als Underdog auch offensiv haben spielen lassen und sind dann zwar bestraft worden in der ersten halben Stunde mit drei Toren, aber das hat mir trotzdem imponiert, dass er gesagt hat, wir haben die Flucht nach vorne jetzt anzutreten als Underdog, weil wenn wir uns hinten reinstellen, dann haben wir gar keine Chance, wir versuchen es einfach, es ist schief gegangen, trotzdem hat mir das imponiert, dass ein Trainer, so eine Courage hat auch mit seiner Mannschaft, er hat 0 zu 4 verloren und hat hinterher gesagt, willkommen im Erlebnispark bei Arena, fand ich auch sehr sympathisch. Also es war ein toller, ein sympathischer Auftritt und die Fortuna würde ich beachten im nächsten Jahr in der Bundesliga, das ist für mich ein Team, da entsteht glaube ich gerade. Ja, aber was mich ein bisschen wundert ist, dass so ein Daniel Thione nicht auch, er war ja längere Zeit arbeitslos, hat ja keinen Job gehabt, dass dieser Trainer nicht auch bei anderen Vereinen mal auf dem Block stand, bei Erstligisten, die einen Trainer gesucht haben und das wundert mich, weil er macht wirklich ganz ruhige, skandalfreie Arbeit auch, ganz, stellt sich nicht selber so in den Vordergrund, ich bin hier der große Trainer oder ich bin euer Macher, hier wie so ein Baumgart zum Beispiel, das macht er nicht, er ist ganz bescheiden, zurückhaltend, immer freundlich, also muss ich sagen, absolut top. So ein Menschenfänger, der merkt sich auch unfassbar viele Namen, weil nach dem besagten Halbfinale auch unten in Katakomben und schlicht da so rum, da sagt er zu mir, Mensch Cedric, du auch hier. Das heißt, natürlich, man kennt sich auch damals noch, als er bei Osnabrück Trainer war, die waren in der dritten Liga, das begleite ich dann ja auch moderativ für Magenta TV etc., aber ich hätte es ihm jetzt nicht krumm genommen, hätte er meinen Namen jetzt nicht mehr gewusst, wie auch immer, es laufen ihm auch tausend Leute am Tag über den Weg, also ist schon ein sehr sympathischer, wie ihr das richtig beschrieben habt, bodenständiger, netter, intelligenter Typ. Ja, viel Erfolg ihm und der Fortuna, so und jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit, aber da sind wir ja auch wieder bei Bayer Leverkusen, denn Nachspielzeit kann Bayer 04, ja. Deswegen abschließend nochmal, nachdem wir das mit dem Dubelsieger, mit dem Pokalsieger aufgemacht haben, dass das Podcast-Thema heute jetzt vielleicht mal deine Einschätzung, kurzer Vorausblick. Die haben jetzt schon mehr oder weniger, ist noch nicht durch, deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber sind wohl sehr weit in den Gesprächen mit Alex Garcia als ersten Neuzugang. Er, Garcia ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass der FC Girona zum ersten Mal in der Clubhistorie sich hat für die Champions League qualifizieren können. Also ein guter Mann, 26 Jahre alt, auch torgefährlich, Mittelfeldakteur, aber jetzt gar nicht speziell auf ihn gemünzt, die Frage, wie geht es weiter für Leverkusen? Also ich glaube, dass jetzt eben an erster Stelle steht ja, dass Xabi Alonso weitermacht, das ist natürlich hervorragend, weil du natürlich jetzt, wenn wir jetzt auf die Saison schauen und auch auf die Vorbereitung, du fängst ja nicht von Neuem an, ein Spielsystem jetzt einzustudieren, sondern du hast den Riesenvorteil, im Vergleich jetzt zu seiner Anfangszeit, du kannst anfangen, klar, natürlich brauchen die Spieler zwei, drei Wochen, um reinzukommen, aber das wirst du mir als Trainer auch bestätigen, es ist natürlich immer ein Vorteil, wenn du als erstes erstmal das System schon, wenn die Passwege im Grunde dann auch relativ schnell wieder kommen, also Leverkusen hat einen Riesenvorteil, sie sind eingespielt, klar muss man natürlich immer schauen, wie entwickelt sich das personell, ich persönlich, das ist meine Einschätzung, glaube, dass es keinen großen Umbruch geben wird, sondern dass die Mannschaft im Bereich drei, vier, fünf Abgänge, drei, vier, fünf Zugänge sich aufstellen kann, ist eingespielt, die Leader, bleiben, also das ist ein, da ist eine Struktur drin in der Mannschaft, du hast eine Hierarchie, ich glaube persönlich, das ist meine Einschätzung, sie werden wieder ganz oben mitspielen, inwiefern es dann zu Titeln reicht, das kann man natürlich immer schlecht prognostizieren, ich traue es ihnen zu und ich traue ihnen auch zu, eine sehr gute Rolle in der Champions League im nächsten Jahr zu spielen, ich glaube, dass man auch versuchen wird, den Kader, das geht ja jetzt offensichtlich schon los, mit Spielern zu verstärken, die eben auch den Kader besser machen, also wirklich besser machen, sich nochmal einen Schritt nach vorne zu begeben und ich traue ihnen auch eine sehr gute Rolle in der Champions League zu, mit dem Fußball, Ballbesitz, dominant, Alonso-Style, nie aufgeben, das ist, glaube ich, eine Mannschaft, die gilt es auch nächstes Jahr in der Champions League zu beachten, also kurzum, ich glaube, das wird auch in der nächsten Saison richtig gut in Leverkusen. Also, Fazit, kein Verwalten des Erfolges, sondern den Schritt weiter gehen. Genau. Hohe, hohe Ansprüche unter Bayer Kreuz und damit schließen wir die Folge. Ganz lieben Dank, Didi. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit deiner Nationalmannschaftsanalyse. Du und Marco Hagemann, da gibt es dann schon den großen Vorausblick auf das große Sommerturnier vor der Haustür, freue ich mich sehr drauf. Bitte unbedingt wieder einschalten, dann nächste Woche Montag und ganz lieben Dank für den Blick hinter die Bayerkulissen, Nico Hartmann für deine Expertise, für dein Mit-Dabeisein, sehr sympathischer Auftritt und ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr gerne und euch eine schöne Woche. Ciao. Glück auf. Tschüss.